dieses spiel ist seit in die schrägstrich und ich wünsche bei der bei mir auch herzlich willkommen zurück mit dabei ist der haspo max ich brauche munition für diese waffe ja auch die sind relativ nervig das aber schon schaffen wirklich ok 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 ja hast du die rennen weg na die entscheiden sich hier sind noch kleine schweine oder oder alter ok aber dieses schönes alles andere als klein heilt sich das schon alle die schweine gehen auf mich los auf mich stehen auch so voll das große schwein los ok das heilt sich das blaue heilt sich Leute es ist ganz schwierig wir sind bei Tag 70 ja mal bitte das schwein hinter mir an alles schwingt das blaue heilt sich jetzt ok das blaue und das ja ich habe keine money mehr für meine fröhne 1 das rote ist lecht und tot das eine ist lecht und das eine ist tot oder ich war mal ein bisschen oofah aua scheiße habe ich mir gerade nun geholt und das ding trifft mich erst wenn dich einer verfolgt du kannst nichts dagegen machen doch schnelligkeit das blau ist gleich tot ich bin auch schon ich bin auch gleich tot ich bin ich leger ich liege dort wo das recht tut auch nein ja dankeschön oder kommt das brennt schießt auf den arsch ach du das brennt das gestorben und dann ja 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 das ist eine schweine zu monni und so was das war total schwer doch inzwischen überall doch das geht jetzt sind die schweine mit er hat die drei schweine hier mit was nimmt man auf ob er es ich also ich nehme ganz normal mit shadow player auf nächste ob es auch habe ich mein skin gesehen einfach ein tag nach zyklus ach was dann machen wir mal weiter wir werden das gerade gemacht ich tag 71 tag 71 hast du gerade weiter geschossen? ja what the fuck ach es geht so so äh ich nehme die m4 äh ich nehme schon die ganze zeit die uzi ja die uzi ist auch geil finde ich ja ich finde die uzi mega riesen die scheidenzerpistole eigentlich gut schon wieder da besser als der traur finde ich hat halt mehr monni mach mal ich mach mal Schwierigkeit grad hoch der ist nochmal auf hart auf hart warum denn auf hart wenn es noch schwerer ist oh ich bin ja mittendreiin gespawnt alter guck mal ist voll easy du musst einfach nur rein spawnen ja aber nicht wenn du blühten drin spawst ja wow du hast überleben jetzt ist es gegeben achten achten heute jetzt kommt ein feuerwerk pam 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 die geht von der scheine weg jungs hehehehe oh 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 ich hab gleich keine arme mehr wahrscheinlich oh fuck ich hab keine arme mehr das ist ja das dick oh nein er stört mitten in der aufnahme oh fuck ich bin tot ach stimmt du hast keine arme mehr berichtet wuuu 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 waaaaaa wuuu waa 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 Ja, ja, wer spielt das jetzt? Nein, schon wieder. DK, wer spielt das jetzt? Ja, pass auf, DK, wir sind jetzt schon bei Level 71, ja? 100 ist incoming. Incoming? Ja. Das sieht super lustig aus, wenn man da so Personal rumrennt. So. Dann nehmen wir wieder die Utzi und die hier. Die hier wieder die Mörser. Es gibt kein Bug, wo man mehrere Mörser-Raketen dann hat. Doch, du kannst Mörser-Raketen kaufen. Alle den gleichen Skin. Ja, weil ich, du, bin Brian Let's Play, deswegen muss ich was anderes haben. Du hast einfach nur den Mund, du hast einfach nur diesen Scheiß-Effekten Mund offen. Hast du die gestrige Aufnahme hochgelassen? Schon wieder Nacht. Was? Leute, es gibt schon eine Aufnahme. Hier kommt jetzt Montag. Nein, ich mein Brian. Nein, ich mein Brian. Nein, die muss ich noch bearbeiten. Und hier bin ich gerade am Livestream. Oh nein, wir müssen den Schwein wieder auf den Arsch schießen. Ne, ich nehme mal auf. Schick mal Link, oder wie heißt du? Warte, mein Link. Ja gut, warte mal, lass mal die Runde erstmal beenden. Alter. Wie sind denn diese Drecksviecher? Ja, weißt du was? Die Drecksviecher lutscht wie die Eier. Leute, Entdeckung! Ey, aua! Oh nein! Oh nein! Oh, Volltreffer! Volltreffer! Noch 6 Gegner. Das ist eigentlich die unefizienteste Waffe im ganzen Spiel, finde ich. Die was? Das finde ich die unefizienteste Waffe im ganzen Spiel. Ich finde die auch total schlimm. Ohne Spaß, damit tickt man noch gar nichts hin. Es sind noch 3 Dinger, wo sind sie? Ich sehe sie auch nicht. Kappen! Kappen! Einen. Warte, ich will mit einer Mörser-Rakete machen. Oder 2 oder 3. Welcher Penner hat er aufgedrückt? Hä? Tag 73. Warte mal, ich gebe es hier schnell durch. Ähm. 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 Haha. Ja, hier seht ihr nochmal mein Inventar. Das sollte ihr eigentlich nicht sehen. Hä? Wie sieht man das Inventar? Ja, ich habe mein Inventar noch offen gehabt. Es gibt ein Inventar? Nein, ein Inventar vom CSG, Mann. So. Hä? Es gibt ein Inventar in dem Spiel. Wie öffnet man das? Nein, nein. Oh mein Gott, hast du? Denk einfach nicht drüber da, okay? Mitten! Mitten im Livestream, Mann! Hey, ganz ruhig. Nee. Guck mal, nee. So, und jetzt? Ja, sorry, dass ich mich verstanden habe, wie man das im Inventar öffnet. Oh, das ist einfach über Steam! Fuck! Aber, 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 Brian, du vergisst eine Sache. Was? Ähm. Du hast, ach ne, bei OBS, zumindest bei OBS ist es so, dass du quasi dein Fenster angibst und das ist, wenn ich das Team Overlayer aufmache, dann sieht man das nicht in der Aufnahme oder im Stream. Ach, das ist mir doch scheißegal, sonst ist es halt sehen. Guck mal, Max. Ich hab eh Sendi-Triegel voll, äh, Follower, weil ich nicht richtig rumschrei, wenn ich richtig rumschrei habe, habe ich plötzlich 40 Leute in dem Livestream, ähm, keine Ahnung warum ich das dann hab. Oli Boy ist auch damit berühmt geworden. Ja, und ich weiß, da ist so eine schöne Ähnlichkeit. Ähnlichkeit. Ja, da ist gewisse, dezent. Alter, ich schwöre, weißt du, was der sich hierbei gedacht hat? Was denn? Das hier ist der Mund. Was? Das. Ah. Und das ist die Nase. Ja, wo fällt die eigentlich? Ah. Ach, ne. Ach, du heilige Scheiße. Oh, ne. Ja, was ist denn der äußere Ring? Ja, ich bin halt schon halbtot. Ich auch. Nee, geil! Oh, oh. alter, pass auf, ich renne mit der Milch zum Brunnen an Kiel im Rennweg. OUI! Ich bin schwein, ich sterb jetzt. ich bin gleich tot nein warum sterbt ihr alle seid ihr und ich bin ganz tot alter legt mir doch die eier groß hast du schade ich bin tot und bist du hier ich lebe noch in so in richtung häxler hinter dir ja ich überlebe das aller was ist das denn was für wies doch ich lebe doch noch ja warte hilf uns doch mal alter chillt der nur um brunnen die ganze zeit so wo bist du da ist noch einer es ist jetzt beende es jetzt noch im hintergrund was kommt er jetzt für ein spiel der allerbeste sein keiner von mir war du hast dich drauf mein junger ich weiß das ist mein schalter du bist du dich ich dachte es war neu war mal weg hast du ein skin für deine usbs ja ja wenn du du musst drück mal 10 euro bezahlen ja alter viel mehr ja aber ich dachte das spiel mehr was ist jetzt kommt aber raus ihr wixer jetzt spieler spiel wir können dich auch kicken auf dem server ja 2 1 auch mal fick dich ich habe sie fang verfickte scheiße man doch raus entweder putemann oder ja den scheiß hier war mein son der meins oh shit oh shit wo hast du den händen geschossen die waffe ist total random eh irgendwie schon ich geh mal hier weg ich habe es doch jeder kopf ist gerade nachgewachsene auch mal einen grad höher stellt von der schwierigkeit her es hat wirklich herausfordernd ist weißt du dass man denkt okay fuck ich sterbe und so das ist fucking herausfordert sie ist die krone ich will aber das kommt nicht das kommt noch nicht auf dem dark souls level ja ich will doch kein dark souls spielt also hier zumindest nicht ja okay aber was wird's denn ich kann ja ein bisschen hochschrauben lol das Ding hat doch gelebt hüpfig auf so ein Knochenkosletten klick auf einmal schaden wollen wir ein bisschen den uns machen ja ich würde jetzt auch mal ein bisschen Dingens machen ja ich schieb da schon welche ich schieb da schon dicken hin dann beeilt euch ich warte hier oh du heilige scheiße hast du wohl klicken ja komm ja soll ich klicken ja du hüt soll ich bran soll ich klicken nein ja doch mach es bist du sicher bran ja ich will nur ich will zwei raketen haben hör aus ja ok dann wieso die fragst du machst besser rum bran lol da ist ja noch ein richtig fettes schwein dann guckt man das jetzt Lina leute leute ich lass uns echt ach komm ey ich wollte nur ne scheiß verfickte hä bist du dumm wir brauchen du dafür ja das Tag verbeut 70 ich brauch dir keine weise voll für so ne scheiß pakete hey 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 ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig brauner beruhige dich also bei mir ist der voll dumme machs nicht wirklich ganz was hoch nein bitte auch für ein mädchen mit der schock dann machen ja gibt es mal was über hart ja natürlich was bist du so langsam ist beim einfach nur noch die x-taste okay ich drück dumme jetzt legt das spiel das spiel echt überhaupt nicht also was kommt davon hinten an oder endlich wo die ja so haben wir ja so okay was ist was ist bern wir haben unendlich muni fällt mir gerade so auf wir haben ja unendlich muni außer für den raketenwerfer ich bin so fucking tot ich bin auch tot er hat den zerstrahl gemacht der mich getroffen hat die ohne nein aber nicht die ganze über nur ausschnitte jetzt wurde jetzt glaube ich das erste mal die ganze farbe gezeigt oder nein das war schon öfter hast du hast zu lügen einfach nicht weiß da ist ja noch ein ding noch ein toten kopf es gibt drei toten es gibt drei toten köpfe alter was nie ist da stimmt da okay egal alle raus alle raus alle raus ich hab's gesehen nein hallo akbar nein ich höre die schweine der war perfekt der war sowas von perfekt der war sowas von perfekt der war sowas von perfekt und tschüss da machen wir mal so ein bein durch die gegend hallo akbar hallo akbar hallo akbar hallo akbar hallo akbar hallo ok ho Paulo ich weiß kenne das ende ja oil ilo la a an no an minischweine hallo akbar o o o Oh, oh! Renn! 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 Hä? Ich bin tot. Soll haben wir beide dahin geschossen? Au! Ich bin tot. Also die Leute, die sind für eine One-Hit, nein? Ja. Echt? Nein, nicht One-Hit. Ja, also ich wurde one-hitted. Ich wurde one-hitted. Aua, ich wurde tot. Egal, ich zeige euch jetzt, wie das Spiel geht. Guck, mach die so, Alter. Mach die so. Okay. Äh, restart, bitte. Oh, scheiße. Weißt du, das ist ja auch so. Ja. Muss man Granaten spüren. Kohlenbaffen. Leute, wenn wir wieder große Viecher kriegen, will ich so viele Raketen rausholen wie möglich. Bitte. Halt's mal. Oh, scheiße. Du bist locker, was du mit deinen Granaten wie immer ein Team kötet. Ja. Mich hast du nämlich gekötet dort. Machen die auf Team schauen? Ja. Ja. Ja, die Granaten. Kann einer mal gleich... Nein, nein. Ich will, dass ihr das Blitzchen anmacht, wenn ich da drin bin. Ich stimmt, man kann die ja echt damit dran. Ich bin schon wieder down. Ich bin schuld. Ja, das ist selbst dran schuld. Aua, die macht die ziehen ein halbes Leben ab. Aua. Äh. Ich bin down. Ich bin scheiße. Ohne Spaß. Willst du immer noch hart haben? Da, Karin. Hart. Ja. Ja. Immer noch hart? Jetzt nimm ein anderes Ding als deine scheiß Rateten, Mann. Ohne Scheiß. Ja. Ich hab das, glaub ich, gut. Also ich hab ja Schocken jetzt am bisschen am meisten Kills gemacht. Der sagt mir, dass ich die Schwierigkeit runterstellt, sonst schaffen wir das nämlich nicht. Das packen wir jetzt. Okay. Ich hab jetzt mal Ausnahmsweise wieder die Shotgun genommen, liebe Zuschauer. Ich hab jetzt mal Ausnahmsweise die P90 genommen. Heute kriegt er mal einen, heute kriegt er sogar ein Leckerli. Ey, lass nur zusammenbleiben, oder? Nimm mal den fetten Arsch da aus der scheiß Scheune. Warte, warte, bevor du den anmachst. Mach jetzt mal am, mach jetzt mal am. Warum zwei Schüsse, die scheiß Teile? Ist halt echt so. Ich hab einen Tod. Alter, wie schnell die einfach nur sind. Junge, ich bin down. Ich bin auch down. Ich bin auch down. Ich bin auch down. Ich bin auch down. Alter, ihr müsst nur die Tatsen springen, dann springt die Tatsen über die. Oder wir gehen dann einfach aufs Dach. Nein. Ich bin auch aufs Dach. Wir müssen uns Milch machen. Nein. Oh, und ich heiße. Ryan, das brauchen wir Kühe. Und leider gibt's nur Schweine. Und wir können auch Schweinölsch trinken. Ja. Siehste? Viel Spaß. Ich schliff immer noch. Du bist überachter. Nur noch zwölf. Ja, hier ist er tot. Ich kann nicht irgendwo hinschießen von und darf in Gegner. Alter, jetzt ist er umgeliebt, ey. Ach, Junge. Alter. Komplett looted. Oh, scheiße. Ihr braucht irgendwelche Automatik-Sachen, glaube ich. Hier, so ne schöne OZI. Ich nehm die OZI zum Umballern jetzt, der ohne Scheiß jetzt. Ja, die Top Gun hatte ich ja gerade, aber ich weiß nicht. Also ich... Na ja, komm und die OZI. Warte, einer bleibt hier drin? Ja, ich will mir mal ne Milch holen. Ich bin hier Barken... Ja, okay. Ne, ich lass das glaube ich einfach. Weil das kann sein, wenn ich dann einfach nur hoch springe mit Enter, dass die dann halt so zu sagen... Alter. Ohne Scheiß. Was klicken Kalt sprechen. Nicht die Schweine anschießen. Holt euch erst die Milch. Alter! Die Paint Gun ist One-Hit! Die Paint Gun ist One-Hit! Äh, nein. Doch! Die Paint Gun ist One-Hit! Nein, ist sie überhaupt nicht. Nein, auf dem Arsch ist die One-Hit. Die macht One-Hit auf den Arsch! Ja, auf dem Arsch! Ich bin down. Nein, bei denen nicht. Doch, ich hab... Ja, ich bin auch schon down. Aber, äh, die Paint Gun hat One-Hit, äh, die war One-Hit. Glaubt mir doch einfach! Ich hab's auf Aufnahme! Ja, ich hab doch... Ich hab doch in Kauf geschossen. Alle, die rennen mir hinterher! Die Drehschweine! Hä? Alter, mit der Milch bist du schneller down. Mit der Milch springst du und bist du schneller. Aber du bist nicht stärker. Ja, ich weiss nur, du bist schneller down. Irgendwie erwischen die einen besser statt 9. Mach das runter, die Scheiße! Keine Chance auf Hardcore! Ich glaub, das Level ist einfach nur schwer. Aber wir können von mir aus auf normal machen. Jetzt hat er mich überzeugt. Ok. Ist es runter? Ja, ist auf easy direkt. Ja, der hat mir jetzt angeboten, ne? Ich hab's aber jetzt wieder auf normal. Ja, genau, alter. Denk halt wie so Noobs. Da, dann lass uns schon raus. Und scheiße, es fackt so ab, dass man immer den Farm abraten muss, ne? Echt so? Hm. Wow. Wer gibt mit mir hoch? Nein, Leute. Kann ich nicht mit dir, ja? Ich hab jetzt keinen Bock mehr. Ich hab jetzt diese Scheiße. Alter, rum doch mal raus, Junge. Echt echt? Ja. Jetzt hör auf zu cheaten. Es ist mir, Mario, let's go! Alter, Uzi ist richtig nice gegen die einen, der schafft jedem Schiri-Telz-Krad. Schiri-Telz-Krad? Schiri-Telz-Krad. Ja, weil hier sind die mit der Uzi überall hin. Also du schießt halt nie rein, die sterben direkt. Alter, der ist ein super mini-Schwein. Das kleines... Das kleines... Aber... Ich bin gleich tot, schon wieder. Alter, ich seh den, wo die Schweine herkommen. Ich hab nur... Die... Die laufen... Die laufen außen rum, ne? Und du siehst die nicht. Schwein! Ich hab hier hinten noch verfolgt. So, jetzt brauch ich erst mal... Welcher Penner hat schon wieder drauf... Alle schreien! Ah, du bist gestorben. Tag 98. Wie? Bin ich denn jetzt dran geschoben? Und ich sag jetzt, tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschau.